Herzlich willkommen zu diesem ersten von zwei Video-Tutorials zu MaxMaps. MaxMaps ist ein Visualisierungstool für die grafische Darstellung qualitativer Daten und deren Zusammenhänge und Beziehungen. In MaxMaps können wir Dokumente, Memos, Codes, Summaries oder kodierte Text- oder Bildsegmente auf einer mehrdimensionalen Fläche frei anordnen und durch weitere grafische Elemente oder Bilder ergänzen. Da die Map immer interaktiv mit den Originaldaten des Projekts verknüpft ist, können wir die Map dabei nicht nur zur Visualisierung und Analyse von Zusammenhängen nutzen, sondern auch als grafischen Zugang zu unserem Forschungsprojekt. In diesem Video-Tutorial sehen wir uns alle wesentlichen Funktionen für die Erstellung einer eigenen Map an. Im zweiten Video-Tutorial geht es dann um die Modellvorlagen von MaxMaps, die eine fokussierte Visualisierung bestimmter Teilbereiche ihres Datenmaterials ermöglichen. MaxMaps lässt sich hier über den Visual Tools Ribbon öffnen. Die Oberfläche ist dreigeteilt. Links findet sich die Liste meiner schon erstellten Maps. Das große Fenster rechts davon ist die Arbeitsfläche, auf der eine Map erstellt und editiert werden kann. Im oberen Menüband können wir zwischen dem Start- und Einfügen-Tab hin- und herschalten. Starten wir nun mit dem Erstellen einer neuen Map. Hierzu klicke ich auf die Schaltfläche Neue Map. Die Map wird links in der Liste eingefügt und ich gebe der Map jetzt einen neuen Namen. Per Drag & Drop füge ich nun Elemente aus meinem Projekt in die Map ein. Zum Beispiel Dokumente und Dokumentgruppen, Memos Codes und kodierte Segmente. Wenn ich Codes und Dokumente bereits per Aktivierung ausgewählt habe, kann ich sie per Rechtsklick alle auf einmal hinzufügen. Die Objekte kann ich frei auf der Map anordnen, indem ich sie anklicke und bewege. Neben Max-QDA-Elementen kann ich auch freie Formen wie einen Kreis, ein Textfeld oder ein Bild einfügen. Durch die interaktive Verknüpfung der Map mit dem Projekt kann ich nun noch weitere Daten importieren. Per Rechtsklick auf einen Code kann ich so das Code-Memo, verknüpfte Memos, die jeweils verknüpften Segmente oder die zum Code gehörigen Subcodes importieren. Oder ich importiere alle Codes, die gemeinsam mit dem jeweiligen Code vergeben wurden. Hier und an vielen weiteren Stellen haben wir weitere Gestaltungsoptionen, zum Beispiel ob die Verbindungslinien dicker oder dünner gezeichnet werden, um die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens zu visualisieren. Die Elemente in Max-Maps können freigestaltet werden. Zum Ändern der Größe eines Objekts ziehe ich es hier an den Vierecken größer oder kleiner oder rotiere das Element über diesen Punkt am oberen Ende des Objekts. Wenn ich dabei jetzt gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt halte, dann findet die Drehung nicht mehr frei statt, sondern erfolgt in bestimmten Winkeln. Wenn ich eines oder mehrere Elemente auf der Map anklicke, erscheint im Menü automatisch der Format-Tab. Neben der Größe kann ich dann hier auch Farbe, Schatten, Schriftarten oder das Symbol selbst verändern. Die Beschriftung einzelner Elemente auf der Map kann ich anpassen, indem ich einen Rechtsklick auf das jeweilige Element mache und Label bearbeiten auswähle. Die Codes und Dokumente im Projekt sind vor den Veränderungen in der Map geschützt. Wenn ich den Namen eines Codes in der Map verändere, dann bleibt so der ursprüngliche Name im Projekt erhalten. Nachdem ich jetzt die Elemente auf der Map angeordnet habe, möchte ich nun die Beziehung zwischen den Elementen genauer definieren. Dazu wechsle ich hier oben in den Verbindungsmodus. Wenn ich nun auf ein Element klicke, die Maus gedrückt halte und dann die Linie zu einem weiteren Element ziehe, kann ich Verbindungslinien herstellen. Durch einen Klick auf eine oder mehrere Linien öffnet sich der Tab Linienformat. Indem ich das Aussehen der Linien verändern kann. So kann ich die Farbe und Stärke der Linie verändern und festlegen, ob sie durchgehen oder gestrichelt angezeigt werden sollen. Ich kann der Linie auch Pfeil innen hinzufügen und festlegen, ob die Linie gerade oder geschwungen dargestellt werden soll. Auch einer Verbindungslinie kann ich ein Label hinzufügen. Mit einem Rechtsklick und der Option hier erscheint ein Textfeld, in das ich zum Beispiel die Art der Beziehung einfügen kann. Die unterschiedlichen Elemente, die ich in die Map importiert habe, sind mit dem MaxQDA-Projekt im Hintergrund verknüpft. Wenn ich eines der Objekte anklicke, springt MaxQDA beispielsweise zum entsprechenden Dokument im Dokumentbrowser. Das ist besonders praktisch bei der Arbeit mit zwei Bildschirmen. Wenn ich den Cursor über einen Memo bewege, wird mir eine Vorschau dieses Memos angezeigt. Und per Doppelklick auf einen Code kann ich mir die Liste aller mit diesem Code kodierten Segmente anzeigen lassen. Von dieser Liste aus kann ich die kodierten Segmente auf die Map ziehen und nun, wenn ich möchte, auch die kodierten Texte oder Bilder selbst als Label für die Kodierung einfügen. Eine fertige Map kann auf mehrere Arten exportiert werden, zum Beispiel für die Nutzung in einer Publikation oder auf einem Poster. Per Klick auf das Fotoapparat-Symbol wird ein Screenshot der Map in die Zwischenablage gespeichert. Per Einfügen kann ich sie so einfach in ein Word-Dokument kopieren. Über das Export-Icon kann ich meine Map in unterschiedliche Dateiformate, zum Beispiel als PNG-Bild oder als hochauflösende Vektorgrafik exportieren.